ARD Text im Auftrag des ZDF 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 So, ab geht's Fuck, ist schon alles weg hier, ey Der ist wieder um... Ich müsste erst meinen Shadow Player wieder umstellen So, okay... Bauen wir gleich Wo bin ich denn? Warum bin ich im anderen Team? Das ist ein bisschen Bullshit Der Commander ist offline, bereit halten Answerscht so einfach Kurz nach deinem Team wechsel, ich kann grad nicht wechseln Aber ich try nochmal nein Vorwärts, los, los, los Aufwachen, zweitens in der Elektromobilindustrie Wir kontrollieren jetzt Einsatz zählt Alpha Ruf immer dritt Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Aufpassen, ich hab den Feindlichtfeld Angesicht in Ober Delta wurde neutralisiert Delta wurde neutralisiert Ich sehe ein feindliches Boot Ich werde gejagt Ich muss noch langsam kommen Da Dabei Da sind sie Noch Sound Ich hab ein feindliches Boot in Sicht Sonnenaufkommen Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Oh, toll, jetzt sehe ich nichts Gut Alle raus, oder? Poastone, oder? Achso Jet kommt Wir haben die Kontrollen Übereinsatz Ziel Charlie überlaufen Scheiße, das hab ich noch nachgeladen Scheiße, da ist wieder ein Boot, der eine Typ Egal Hast du jetzt wenigstens wieder Flares bei? Achso Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Reisig, warum stoppt denn der nicht? Der Weg bekommt Von der scheiß Anti eher Wir haben die Kontrollen Übereinsatz zu bekommen Och, Mann, was die da immer machen Für'n Bullshit, ey Guck mal, kommt Na Ich hab einen feindlichen Jet gesichtet Nee Ich brauche hier einen Mechaniker Hab ihn ausgeschaltet Jetzt So, er schießt auf das Ding aber schon wieder vom G Einsatz Ziel, Bravo wurde gerade neutralisiert Na, der ballert jetzt oben Dann hast du rausgestiegen Ah Und hierher? Jupp Nein, jetzt hat meine Ah, die scheiß Palme Warte, 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 warte You hu Dah... Ich operating Bzw 28 Bzw, da sind auch Boote und so just so aufpassen Die Frage ist doch aber Kannst du das reparieren? Boot hat ne Hit Sniper schießt da Schade Ich glaub von dem Hab ihn nochmal Doch Venom ist hier links Oh einer hat's noch geschafft Dead A holen sie Das Fahrzeug ist kaputt Soll ich das reparieren? Einer kann auch nur sein Wir haben gerade einsatz Ziel Bravo neutralisiert Ich bin leider nix Noch nicht Südlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher FG Schütze Da ist der A Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz Ziel Bravo übernommen Da ist dein Pfeil der Panzerwagen Da ist dein Pfeil der Panzerwagen Oh der B, der Jett sind wieder ab Einer ist über uns Der ist vorbei Der andere fliegt, kriegt er unter der Welt Kann er wie AA wieder sein Oder Zum Boot Kommt der Jett Hey Brauchst du ein Mechaniker? Ah der Weht wieder so schwul ab Ich habe einen feindlichen Jet gesichtet Da ist die AA Hinten hinter der Base Och Leckt mich das Ich habe ein feindliches Boot in sich Zum Rubberbending so scheiße zu spielen Ich habe einen feindlichen Welt in eurem Einsatzraum gesichtet Over Ich habe einen feindlichen Welt in eurem Einsatzraum gesichtet Over Down Hatten ein Hit Schönen wir nochmal Jetzt habe ich keinen Spot mehr Vielleicht hat der Captain die ja schon Lieber nochmal, ne ist noch da 136 Na ja weiß Der Fies ist da im Haus Hatten noch einen Hit TV kommt Genau zwischen den Ja bei mir jetzt müsste es zu down sein Ich bin ganz sicher Achten Ich bin Fies Ehh Ja wir haben ja einen feindlichen Soldaten Ehh Wohnt ihr nicht? Ne Ich hab den feindlichen NG-Schütz in Räumen Ich hab den feindlichen NG-Schütz in Räumen. Ich hab den Feindlichen NG-Schütz in Räumen Ich hab den Kontakt für den feindlichen NG-Schütz Auch nochmal so viele Schüsse ehh Was ist das denn? Da oben Und hab ich da oben war noch Wo war ich wirklich gerne Ehh warum stückte ich Ehh Mit A3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 2 5 5 6 5 6 7 6 6 7 8 10 11 11 Also der Captain mal holen Ja, er ist schon hingefahren Jet ist auch da bei uns Warten, was denn? Jet ist was, Jet, Jet, runter, runter, runter Da oben Boah, was? Millimeter? Ah, 50 habe ich Boah, wieder die Palme, ey, das gibt's nicht Hat sie ihm voll den Arsch gerettet, weil er genau zuerst bei Python Ah, scheiße, Schubauer da oben bei C Bei wem meine ich, ey, dass er alles voll Eine Boot habe ich Ja, nur Jet aufpassen Lass mal kurz Venom machen Ja Wattnit Nice Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen Einsatz zum Echo-Strike Jet Down Glaube ich, oder? Ja, passt Ja, down Ich habe einen feindlichen Flieger genau erst in seiner Huxel in Position gesichtet Einmal an da Ja, hab ihn Down Wenn es in deiner Position befindet sich ein feindlicher Panzerwagen Die Meere war ohne Deckscher, ja Bei Boote Bei Boote Ja Das hintere hat schon eine Devogger zuerst Dann ist da Das andere steht so doof Scheint direkt auf Was da Ich hier vorne halb Guck mal, wegen Jet schreibe Ich hab mit feindlichen Ambionsschützen genau ästlich von dir gesichtet Mal Venom machen, das... Nee, das Rottl Mal das Boot machen Wir kontrollieren den Defender zu direkt Warte down Wieder ein bisschen ammo nachladen Jet kommt wieder Einsatzstil Dorf ist verloren Vorbei Ah, ich hab's Ja, gute Sona haben wir uns angehört Kann auch vom B kommen jetzt Ja Ich hab Lichtkontakt zu nem feindlichen MG Schützen Südlich deiner aktuellen Position Da ist die Vorräter 17 von mir Lutz, glaub ich Ausgeschaltet Beide Jets sind ab Oh, Welt B ist wieder Da ist ein feindlicher Jet Da ist ein feindlicher Jet Wieder voll Ja, ich guck grad zu nem Retsch Da kommt nicht am anderen Ich hab'n feindlichen Jet gesichtet Ich hab'n feindlichen Schadfützen gesichtet Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Delta Wenn du ihn komm, kannst du dir vorschießen Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet Voll Hat'n Hitch Ah, jetzt geht er hoch Guck Der Andere kommt noch Ah, nur 5? Watt Ey, jetzt treffen wir mal mindestens und kugeln und trotzdem nur 5 scheiße Geh'n nicht zu hoch Da ist ein feindlicher Helikopter Östlich verziehen Ich hab'n feindlichen Jet gesichtet Ja, nice Hab ihn ausgeschaltet Ich hab'n feindliches Boot Ich hab'n feindliches Boot Ich guck mal ein bisschen näher ran Achtung, wir haben Einsatzziel Alpha verloren Ich guck mal ein bisschen näher ran Ah, oder? Ja Jetzt aufs Boot dahinten Oh, Venom ist hier vorne Ich seh' deinen Ich guck mal hier Squad ausgelöscht Die Venom Ablau Da ist noch ein Boot da unten Ist auch was Ich hab'n Kontakt zu einem feindlichen Boot Zündlich deiner aktuellen Position Sie haben Kontrolle Übereignet Zielfarbe Oh, jetzt bleibt er stehen Wir haben gerade so noch getroffen Millimeter an der Spitze Komm, das ist voll das Ding Abwehr am Berg Hm Komm schon Ah, ist auf jeden Fall down Ja Hinten sind wieder Boote Da ist noch einer Im Haus Wir haben gerade Einsatzziel Echo verloren Ich hab'n feindliches Boot Ich muss noch kurz warten jetzt Wir haben ein Delta Ich bin aufs Boot Ich bin aufs Boot Ich höre mich, meine Kalle ist kaputt Keine TV hat schon Keine TV hat schon Feindliches Boot gesichtet Oh, die Venom, die leben noch Die Typen da Lass uns da Da sind drei Typen Bei A Bei A Ja, ich guck Einen hab'n Einen hab'n Zweiten hab'n Noch mal zwei da Noch einen hab'n Noch einen hab'n Hilt, Markus Stirb! Er hat nix mehr, hab'n Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Alpha übernommen Kommt ein C4 Ähm Let's gehen Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Ich hab'n' feindlich der MG-Schützen genau westlich von dir gesichtet Ich hab'n' feindlichen Jett in Sicht Ich hab'n' feindlichen Jett in Sicht Nein, war so zu kurz ey Ich hätt' den anderen noch getroffen So, und links Ja Warte 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 Aaron Warte Warte Schon da IPO Bro tu Ierlein Warte 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 Mal angeschossen Die kriegen die Flaggen Ich hab ein freundliches, leicht gepanzertes Fahrzeug gesichtet Ach seh ich denn nicht Ich bin nur ein LAW Der hat schon zu viel dran Ich weiß doch nicht Kein Hitmarker Da hinten ist hier Hat 7 Oder 10 Ja, wieder keinen Hitmarker Da ist ein Jet, 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 Jet Oh, wieder mal knapp Ja, Heli hat 75 Haben alle zumindest getroffen Nein, das ist schon dauernd Jet, oder? Nee, Boot ist ziemlich nah bei uns Ich komm hier hoch Jetzt Vielleicht mal so, dass er uns nicht trifft Jetzt kommt noch ein Boot Ja Links Das verfolgt uns Jetzt Soll ich dein Fahrzeug renovieren? Down Kommt der Jet? Jet, ja Ah, gut, ich kann das hier brauchen Ich hab einen 90% gesichtet Hab ihn 18 Hat 40 Ne 25 Ne 25 20, 30 Scheiße Augen auf, ich hab einen feindlichen Jet in Sicht Und, kriegst du ihn? Nein, ich denke, ich muss nicht reichen Ah, nice War eigentlich schon aus Glauben 3A ist wieder irgendwas Und, da unten ein Jetki Was macht er denn da? Im Kreis Alter Hab da ja nicht gesehen von wo das kam Ich auch nicht so wirklich Das Jetki da dreht sich aus meinem Kreis Der andere Jet Doch, da noch ein Dogfight Ja Boat da unten ist Unten ist ein Boot vor Chuck Down Ja, B ist wieder irgendwas Ich geh noch schnell auf das Boot da hinten Ich gucke mal von unten hin Ah, wow Ich muss noch B Ich glaub den Typen hab ich Ich bin mir auch nicht sicher Ja Da sind so viele Das ist wahrscheinlich nicht mehr Da ist ein feindlicher NG-Schütze Fügt sich da nach Delo Merke mich doch, ey Da Da oben, stehen sie Was ich? Ja Aber einer ist noch runter gehüpft Der ist noch an der Brücke da So, ah Im Wasser Ja Ja, da und? Da hinten bei F Da hinten bei F Da hinten bei F Ich glaub dann auch den Jönsch kommt I Was ist Was ist Was ist Oh Da kam wieder eine S.V. oder so Na, T.O.W. T.O.W. da rechts Da haben die Kontrollen bei Einsatz zu Team Charles verdorst Was hat ihn? Ich Oh, du hast ihn an, ich hab nur Mercilio Hilfe Dann schießt auch einer Ich hab kein klar neun und neun neun und neun neun und neun neun und neun ok naja kann ich nicht treffen so wie wird wackelt den Browserbending schrappte hier unten wir in C4 ja oh hat er abbekommen ich dachte er ist da bei der Gleitze hatte ich hab ich wieder irgendwas gebrochen Achtung ich hab mit feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet hier sind auch schon ein paar LLW ist auch da Bode ist da oh scheiße LLW steht genau in dem Haus gerade drin vielleicht kann es da durchschießen naja gar nicht wieder unten von B dann diesmal von B nur auf der anderen Seite nicht wo die Kanone ist Rampen Nice ich hab einen feindlichen Panzerwagen gesichtet aufpassen wir haben hier einen feindlichen Panzerwagen wir haben einen Rendsatz zu Vox ich hab die Hütte Hauptschutz Fick dich ich hab Sichtkontakt zu einer Feindlichen ich hab mir rechtlich deiner Position wer da im Haus ich hab einen feindlichen Panzerwagen gesichtet nein doch hab ihn grad noch ey Switch schuck ok da ist unser Death ok da ist unser Death er ist gerade da spawned scheiß ECM ey stell schnell ein schau ja stimmt ähhhh nein kein Feuer schau oh oh als nächstes einer von uns ja der Venom Einsatzstil Delta ist verloren Nitsch Boot um das dann zwei das bauen ich hab ein feindliches Boot gesichtet ah fuck aufpassen wir jetzt nicht wieder wieder in die an die Air reinrennen bei dir vorhin war oder was ja vorhin hat es uns von Frauen gekült Boot links mit einem Stein scheiße ah wird gerabbt wird gerabbt oh mein Gott fehlt es natürlich genau hinterm Stein jetzt bin ich aber drüber ah Schutz warte 26 Frau ist gleich ready ok ich hab kontakt zu einem feindlichen Panzerjäger südlich deiner aktuellen Position boah f gut ich mach mal diesen Epper down kriegen wir jetzt da down noch einer etwa ab ihn aufpassen bei F äh ne ist das E da fallen sie alle da fallen sie alle aufpassen 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 keine ammo mehr einer ist bei A direkt die V kommt ich bin schon so dran gewöhnt direkt x zu drücken direkt x zu drücken wegen 2 und 2 mit dem ist so ein wixer der ist 2A ne kannst du mal schießen wenn ich ihn sehe aufpassen da ist einsatzsteal ist verloren da ist es hat einen hit achso da ist ich hab grad auf das andere geschossen fast ausgeschaltet ok ich schau mal kurz ab weil da hat jemand gepiept die ganze zeit ich hab dir gerappt ich hab einen rausgeschossen noch 24 jetzt aber die V kommt down da spawnt auch einer ich hab auch einer gepackt ok dann hab ich auf jeden Fall den 1 2 da take out the chopper also die holen A äh B holen die wieder da hinten ja guck mal rechts sind die die wieder rechts bei dem Hügel ey Hitmarker ohne Ende ja selber noch die Schuld ist da rein ne da ist rein ja wo wo denn wo denn ja ich warst welches welches war es jetzt glaub das hier ja hm hm boah fest liegt deine Position scheiß ein feindlicher Packer zu sein warte wir nehmen nicht gleich push ne wir nehmen es down jetzt gehts unter 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 Kontrolle gut ah down wir müssen mal noch ein bisschen abrollen wir müssen mal nochmal hoch kurz hin du hast was gut bei mir noch gut bei A da ist ein feindlicher Verdammt zündlicher Stellung jawoll bester ohne jawoll perfekt aufgenommen ich bin der Vater ich bin der Vater ich bin der Vater